Hallo zusammen, ich bin Dominik von Rabbit Espresso Design. Bei mir ist heute wieder der Cornelius. Servus. Wir machen wieder eine Folge Bohnen, die sich lohnen. Heute mit Nuro Coffee aus Berlin. Viel Spaß. Wir haben schon länger keine Bohnen, die sich lohnen Folgen mehr gemacht. Heute auch zum ersten Mal an meinem neuen Kaffee-Eck. Wir filmen heute einmal Nuro Coffee aus Berlin und dann natürlich den Wilde 13 aus Freiburg. Wir haben euch Wilde 13 oben verlinkt. Der Cornelius hat uns Nuro Coffee mitgebracht. Cornelius, erzähl mal, was ist denn das für ein Kaffee? Woher hast du den? Ja, ich bin ein Podcast-Hörer. Ich höre viel Podcast und natürlich auch gemischtes Hack. Und da gab es dann eine Folge mit der Sarah Nubu. Fünf schnelle Fragen an. Die habe ich gehört. Verlinken wir euch. Und da wurde eben Nuro Coffee vorgestellt und daraufhin habe ich dann einfach mir mal eine Packung bestellt zum Probieren. Natürlich bewerten wir den Kaffee wieder die Rösterei, die Verpackung und natürlich das Wichtigste der Geschmack. Einmal bei mir zwei. Und einmal unser imaginärer Italiener, der es gern dunkel mag. Und unser imaginärer Hipster, der es fruchtig. Third-Way-Fig will. Cornelius, Sarah Nuro kennen ja die einen oder anderen von euch noch aus dem Fernsehen. Die hat jetzt zusammen mit ihrer Schwester Nuro Coffee gemacht. Was ist denn das Konzept dahinter? Ja genau. Also die Familie kommt ja ursprünglich aus Äthiopien. Und Äthiopien ist ein wichtiges Kaffeeland. Eines der wichtigsten der Welt. Und dann haben die zwei da angefangen eben Nuro Coffee zu gründen. Und der Hintergrund ist auch, dass sie ganz gezielt mit mit dem Geld, das da auch gewonnen, mit dem Gewinn Frauen in Äthiopien unterstützen. Also es ist so aufgebaut, dass praktisch die von kleinen Kooperativen den Kaffee fair gehandelt praktisch beziehen. Und die Hälfte des Gewinns, aber mindestens ein Euro pro Kilogramm geht wieder in diese Stiftung oder in diesen Verein, womit die Frauen dann gefördert werden. Genau. Genauere Informationen findet ihr auf der Webseite und hört es euch auch gerne die Podcast-Folge an. Da wird das alles super erklärt. Die erklärt es da ganz gut, genau. Okay, Rösterei-Bewertung ist ein bisschen schwierig bei dem Kaffee, weil die rösten den gar nicht selber. Genau, die beziehen den, lassen den in Berlin rösten und vertreiben den nur. Deshalb würde ich auch sagen, die Rösterei kann man nicht wirklich bewerten. Das Konzept dahinter ist gut. Lassen wir heute die Rösterei-Bewertung raus. Eben Konzept cool. Unterstützt man beim Trinken ein soziales Projekt. Genau, auf jeden Fall. Gute Idee. Gute Sache. Gehen wir weiter. Cornelius, dein Part, die Packung? Ja, die Packung ist ganz schlicht in schwarz. Beppa drauf. Schönes Design. Genau, schlichtes, schönes Design. Hier steht drauf, was für eine Bohne. Organic. Hinten findet man ein paar Informationen zu der Kooperative selber. Hier Verfallsdatum. Was leider nicht ist, die Verpackung ist nicht wiederverschließbar. Was ich immer sehr gut finde. Und es stehen auch keine Informationen jetzt zum Geschmack an sich. Also wie Kaffee. Also das eigentliche Produkt. Für was ist der Kaffee gemacht? Wir gehen jetzt davon aus, es steht Espresso drauf. Die haben zwei verschiedene. Haben Sie klar? Es gibt ein Espresso, genau. Und es gibt einen normalen Kaffee. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man einen Siebträger nehmen soll. Und vom Geschmack her da steht jetzt auch nicht wirklich was drauf. 100% Arabica. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Verfallsdatum unten ein Jahr davor die Röstung ist. Genau. Der war relativ frisch geröstet ist der Kommen. Ja. Also von der Qualität her, vom Abröstdatum ist ganz gut. Genau. Ja, Verpackung. Ich gebe drei Kaffeebohnen. Wie gesagt, wiederverschließbar wäre super. Und ein paar Informationen zum Kaffee wirklich. Genau. Ganz cool, ja. Aber das Wichtigste ist natürlich, wie immer, der Geschmack. Haben wir auch keine Informationen, wie Sie das machen würden, wie Sie den aufbrühen würden. Wir haben uns dazu entschieden, 18 Gramm, zwei Espressi, 25 Sekunden Durchlaufzeit und sollten in dem Fall zwei Espressi mit 25 Milliliter oder 25 Gramm daraus werden. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Probieren wir. Probieren wir. Also wir schauen wieder, dass wir natürlich einen schönen sauberen Siebträger haben. Wir holen das aus. Super. Am meisten wiegen ist es einfach erst mehr rein zu tun und das dann auszunehmen. So, dann lassen wir genügend Wasser vorlaufen. Dann machen wir gleich die zwei Espresso Gläser. Die nun mal aus. Ich würde mal sagen, Punktlandung. 25 Sekunden. 50 Kilometer. Probieren wir mal. Seht auch. Schöne Crema. Merkt 100% Arabica. Ein bisschen weniger Crema wie beim Wilde 13. Das Crema-Monster. Sehr kräftig, dunkel. Oh ja. Sehr dunkel. Dunkle Schokolade. Wie wenn ein Stück Schokolade im Mund nimmt. Karamell. Kräftig. Nussig. Fast keine Frucht. Also sehr wenig Säure. Ganz, ganz leicht. Im Handy. Es ist gerade auch für Arabica-Bohni sehr dunkel krächtet. Das ist eine Granate. Sehr dunkel krächtet, muss man sagen. Eher italienischer. Cornelius. Eigentlich haben wir es immer aufgeschrieben. Machen wir es einfach so. Bei mir gibt es drei Bohnen. Vier bis fünf Bohnen. Vier bis fünf Bohnen. Auf jeden Fall. Also ich finde ihn super. Der ist kräftig, dunkel, nussig. Also so wie ich ein Espresso gern mag. Könnte für meinen Geschmack ein bisschen mehr Frucht haben. Aber alles und allem finde ich den echt super. Ich muss ehrlich sagen, mir ist er echt fast zu dunkel. Deshalb nur drei Bohnen. Ich finde ihn fast zu krass. Also sieht man. Unterschiedliche Geschmäcke auf jeden Fall. Der Italiener. Der Italiener. Der mag den. Der steht da voll drauf. Auf jeden Fall. Fünf Bohnen. Der gibt den fünf. Der Hipster. Eine bis zwei. Dem ist das auf jeden Fall zu kräftig. Zu kräftig, ja. Also eben für meinen persönlichen Geschmack ist er ein bisschen zu dunkel. Aber wenn du schokoladig. Probiert ihn selber. Kein schlechter Kaffee auf jeden Fall. Muss man sagen. Also kann man auf jeden Fall mal bestellen und mal die Nubo Coffee unterstützen. Wär es gern dunkel und kräftig mag es sowieso. Auf jeden Fall. Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, ob ihr den schon probiert habt. Was ihr davon findet. Vielleicht kommen die Damen von Nubo Coffee auf unser Video und können meinen Kommentar dazu schreiben. Vielleicht noch mehr Infos zum Kaffee. Wär ganz interessant. Zusammenfassend muss ich sagen. Machen sie gut. Kann man auf jeden Fall. Gutes Konzept. Guter Espresso. Kann man gerne mal unterstützen. Man kauft da wirklich keine Katze im Sack. Logisch, falls ihr auch einen Kaffee habt, den wir unbedingt probieren sollten. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es uns an. Oder ihr eine Resterei habt, wo ihr sagt, probiert mal unseren Kaffee. Machen wir gern. Wir haben den Kaffee auch nicht gesponsert gekriegt. Den hat der Cornelius eben ganz normal gekauft. Falls ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Schaut auf unsere Homepage vorbei. Da gibt es die Siebträgerhalter hier hinter mir. In dem Fall. Liken, abonnieren. Freut uns immer. Dein Kipp fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.